Hallo ihr! Heute zeige ich euch, wie ihr das lästige App- und Ad-Tracking ausschalten könnt. Unter App- und Ad-Tracking könnt ihr euch allgemein vorstellen, dass sich Betreiber von Apps brennend dafür interessieren, welche anderen Anwendungen sich auf eurem Smartphone befinden und wie häufig und wie lange ihr diese nutzt. Dadurch wird unter anderem versucht, passgenaue und auf euch abgestimmte Werbung anzuzeigen. Aber ihr könnt das Ganze auch abstellen. Öffnet bei eurem Android-Smartphone die Einstellungen. Wählt dann die Google-Einstellungen und tippt auf Anzeigen. Hier könnt ihr die interessensbezogene Werbung deaktivieren. Klickt ihr zusätzlich dann noch auf Werbe-ID zurücksetzen, werden die Daten, die bisher über euch gesammelt wurden, gelöscht. Bei iOS-Geräten geht ihr folgendermaßen vor. Geht bei eurem Apple-Gerät ebenfalls in die Einstellungen und wählt Datenschutz. Dort tippt ihr auf den Punkt Werbung. Jetzt könnt ihr das Ad-Tracking abschalten und eure Ad-ID zurücksetzen. Mehr Infos zum Thema App-Tracking, Datenschutz und Sicherheit findet ihr auf www.handysektor.de. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. pouco lou depression. bl